Hallo meine Lieben, heute geht es um das Thema Frühgeburt. Bevor wir besprechen können, wie es zu einer Frühgeburt kommt und warum, müssen wir noch ein paar Definitionen durchkauen. Denn eine Frühgeburt ist natürlich in der Medizin nicht gleich Frühgeburt. Es gibt eine Frühgeburt, es gibt eine frühe Frühgeburt, es gibt eine sehr frühe Frühgeburt und es gibt eine Frühgeburt an der Grenze zur Lebensfähigkeit. Ich möchte euch aber nicht quälen und langweilen, deswegen machen wir es uns ein bisschen leichter. Alles vor der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche ist laut Definition eine Frühgeburt. Alles ab der 24 plus 0. Schwangerschaftswoche ist potenziell lebensfähig. Individuelle Entscheidungen gibt es nichtsdestotrotz auch immer mal wieder, aber das sind so diese zwei Eckpfeiler, 37 plus 0 und 24 plus 0, die man so im Hinterkopf behalten sollte. Man kann sich auch vorstellen, je früher so eine Frühgeburt, desto schlechter auch die Prognose für das Kind und desto höher auch die Risiken von Spätfolgen. Das besprechen wir aber gleich noch. Jetzt besprechen wir erstmal, wie kann es überhaupt zu einer Frühgeburt kommen? Warum sagt der Körper irgendwann mal, ich möchte jetzt nicht mehr schwanger sein, das Kind soll jetzt schon auf die Welt kommen, obwohl es vielleicht viel zu früh ist? Es gibt eine riesige Palette und riesige Liste an potenziellen Risikofaktoren für eine Frühgeburt. Aber ich möchte nur die wichtigsten besprechen und mit der größte Risikofaktor ist eine vorangegangene Frühgeburt. Das heißt, wenn du in der ersten oder zweiten Schwangerschaft auch schon ein Frühchen hattest, dann ist die Chance relativ hoch, dass du wieder eine Frühgeburt hast. Außerdem ist so ein Klassiker für Frühgeburt natürlich eine vorzeitige Wehntätigkeit. Da muss man sich überlegen, warum kommt es überhaupt zu einer vorzeitigen Wehntätigkeit? Da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Das ist eine vaginale Infektion. Bakterien können quasi dazu führen, dass eine vorzeitige Wehntätigkeit ausgelöst wird. Und mit dieser vorzeitigen Wehntätigkeit kommt auch immer das Schlagwort Cervixinsuffizienz, das heißt Gebärmutterhalsverkürzung und vorzeitiger Blasensprung mit ins Spiel. Zu diesen beiden Themenkomplexen habe ich auch schon Videos gemacht, die verlinke ich euch einfach mal unten in der Infobox. Und nach diesem Video könnt ihr direkt weitergucken und euch über den vorzeitigen Blasensprung oder auch die Cervixinsuffizienz oder auch vorzeitige Wehntätigkeit informieren. Das sind sogar drei Videos, die ich euch verlinken muss. Ich muss daran denken, sie euch zu verlinken. Es gibt noch viel, viel mehr Risikofaktoren. Rauchen, mütterliches Alter, eine Plazentarstörung, das heißt die Plazenta sitzt einfach irgendwo falsch. Zwillingsschwangerschaften, übrigens dazu habe ich auch ein Video gemacht. Oh Gott, ich muss so viel verlinken. Also wenn viel Druck im Bauch ist, kann man sich vorstellen, wenn viel Druck da ist, dann kann auch dieser Gebärmutterhalt sich verkürzen, dann könnte es potenziell auch zu einer Frühgeburt kommen. Das heißt Zwillinge, Trillinge, Vierlinge, alles was damit zusammenhängt. Viel Fruchtwasser, über die Maßen viel Fruchtwasser, psychischer Stress etc. pp. Da gibt es wirklich eine große Palette, ich möchte euch auch gar keine Angst machen, die man gesehen hat, dass diese Faktoren mit einem Frühgeburtsrisiko korrelieren können. Ich habe auch schon gesagt, je früher diese Frühgeburt, desto schlechter die Prognose für die Kinder. Es gibt noch einen Cut quasi, wo wir sagen, okay, das ist jetzt zwar eine Frühgeburt, aber das wird jetzt nicht mehr aufgehalten, denn zur Therapie komme ich gleich noch. Und das ist die 34 plus 0. Schwangerschaftswoche. Wir haben also die 24 plus 0. Schwangerschaftswoche, wo wir sagen, okay, dieses Kind ist ab sofort überlebensfähig und wir tun auch alles, um diese Schwangerschaft möglichst zu verlängern. Und wir haben diesen 37 plus 0. Schwangerschaftswoche, alles was davor ist, gilt laut Definition als Frühgeburt. Und jetzt kommen noch diese 34 plus 0. Schwangerschaftswoche hinzu. Also da ist das Kind quasi fertig, da sind die Lungen quasi fertig gereift. Das Kind muss ab diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch ein bisschen dicker werden und ein bisschen wachsen. Deswegen würden wir auch ab dieser Woche, sagen wir mal, du kommst 34 plus 2. Schwangerschaftswoche mit Wehentätigkeit und einem Blasensprung zu uns, würden wir gar nichts mehr machen. Würden wir sagen, okay, dieses Kind soll und kann auf die Welt kommen. Von der 24 plus 0. Schwangerschaftswoche bis zur 33 plus 6. Schwangerschaftswoche, also einen Tag vor dieser Deadline, würden wir tatsächlich versuchen, die Schwangerschaft, soweit es geht, zu erhalten, das Kind quasi im Bauch zu lassen, weil da ist es noch perfekt versorgt. Und da gibt es einige Möglichkeiten. Zum einen, das haben wir schon im Video zur vorzeitigen Wehentätigkeit auch gehört, ist das eine Wehenhemmung, wenn du denn Wehen hast. Also wir wollen möglichst die Gebärmutter ruhig haben, dass da überhaupt keine Wehentätigkeit mehr ist, die dein Kind nach unten schieben könnte. Und wir wollen die Lungen reifen von diesem Kind. Dafür gibt es solche Spritzen. Das ist ein Cortisonpräparat, was die Lunge auf gut Deutsch reift von so einem Kind. Das geht jetzt ein bisschen biochemisch zu weit, wenn ich das im Detail erklären würde. Und dann würde man auf jeden Fall versuchen, diese Schwangerschaft möglichst lang zu erhalten, bis zu dieser 34 plus 0. Schwangerschaftswoche. Eine Frühgeburt oder eine Frühgeburtsbestrebung, sagen wir mal, du bist jetzt in einer relativ frühen Woche, 32 plus irgendetwas, gehören auch in ein Zentrum, wo eine neonatologische Intensivstation ist. Das heißt, eine Intensivstation für Frühchen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da werden sie perfekt versorgt. Es gibt einfach eine Vielzahl von Komplikationen, die jetzt auftreten können. Allen voran eine Hirnblutung oder dass der Darm nicht mitspielt oder eine Art Notsyndrom. Also, dass die Atmung einfach noch nicht so ganz suffizient ist. Die Kinder müssen warm gehalten werden. Es kommt einfach ein riesen Komplex an Komplikationen und Risiken auf so ein Kind zu. Und da braucht man natürlich auch adäquate Therapie und adäquate Umsorgung. Und deswegen muss man, sollte man auf jeden Fall eine Frühgeburt möglichst in einem Zentrum mit so einer Intensivstation für Frühchen haben. Eine der häufigst gestellten Fragen ist dann sicherlich, wie lange muss mein Kind denn jetzt auf dieser neonatologischen Intensivstation liegen bleiben? Wann kann ich es mit nach Hause nehmen? Früher hat man immer gesagt, dieses Kind muss bis zum errechneten Entbindungsdatum bei uns auf der Intensivstation bleiben. Heutzutage gilt das so nicht mehr und es ist eine extrem individuelle Entscheidung. Je nach Kind. Nimmt das Kind gut zu? Trinkt es gut? Kann es gut den Wärmehaushalt halten? Atmet es gut? Kommt es allgemein und salopp gesagt alleine zu Hause zurecht mit den Eltern? Oder braucht es noch Unterstützung? Das kann auch schon früher sein als dieser errichtete Entbindungstermin, kann sogar auch später sein, wenn es das Kind eben nicht so gut macht. Deswegen gibt es da überhaupt keine pauschale Antwort. Da muss man immer mit den Kinderärzten ein Stück weit rückrechnen. Wir blenden mal kurz diese 34 plus 0 bis 37 plus 0 der Woche aus. Wir haben gesagt, okay, die Kinder sind früh, aber sind potenziell reif und sind erstmal aus der gröbsten Gefahrenzone raus. Konzentrieren wir uns wirklich mal auf die ganz kleinen. 24 plus 0 bis 33 plus 6. Hier kommt es nämlich auch darauf an, wie ist denn der Entbindungsmodus geplant? Da gibt es auch unterschiedlichste Empfehlungen. Die Empfehlung, die eigentlich gilt, ist alles ab der 32 plus 0. Woche oder vor der 32 plus 0. Woche wird per Kaiserschnitt entbunden, weil man den Kindern einfach nicht den Stress zumuten möchte, vaginal zu kommen. Und man weiß ja auch nicht, kommt es komplikationslos, muss man vielleicht doch vaginal operativ tätig werden. Und das kriegen die Kinder, diese ganz frühen Kinder, eben nicht hin. Das darf man auch gar nicht, da irgendwelche Mikroblutuntersuchungen am Köpfchen zu machen oder so eine Sauglocke. Das geht nicht. Und deswegen ist da die Kaiserschnittentbindung das Mittel der Wahl. Was man außerdem gesehen hat bei so ganz frühen, dass sie absolut profitieren davon, wenn man die Nabelschnur mindestens eine Minute auspulsieren lässt. Senkt nämlich signifikant das Hirnblutungsrisiko. Wie ist denn das weitere Prozedere für euch als Eltern? Ihr dürft natürlich diese Kinder, diese Frühchen auch besuchen. Die sind jetzt nicht, wenn da keine Infektion oder sowas vonstatten gegangen ist, sind jetzt nicht isoliert, dass ihr da gar nicht rein dürft, sondern dürft zu eurem Kind, sollt es sogar, dürft auch Kolostrum und Milch quasi dort abgeben, dass das Kind auch diese Milch bekommt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt sogar in vielen Kliniken oder in den meisten Kliniken mit so einer neonatologischen Intensivstation Elternhäuser, wo die Eltern quasi untergebracht werden, dass sie immer in der Nähe von ihren Kindern sind. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht, wenn ihr 40 Kilometer entfernt eigentlich wohnt und da verlegt worden seid, müsst ihr nicht täglich hin und her fahren, sondern da gibt es solche Einrichtungen und dürft da wirklich auch täglich zu Besuch sein, sollte es sogar sein. Was man sich als Elternteil natürlich auch überlegt, wie ist denn jetzt die Prognose von meinem Kind? Wie groß ist die Überlebenswahrscheinlichkeit? Und die ist in Deutschland sehr, sehr gut. Deutschland ist eins der besten Orte, um so eine Frühgeburt zu haben. Nehmen wir mal so ein paar Pauschalprozentzahlen, damit ihr immer was gehört habt. Erstmal die ganz frühen 24 plus 0 bis 24 plus 6. Da ist die Überlebenswahrscheinlichkeit 67%. Das ist schon sehr, sehr gut. Und eine Woche später ist es schon fast um 15% besser. Und nochmal eine Woche später ist es schon wieder um 15% besser. Und da nähern wir uns schon fast den 100%. Und diese Zahlen sage ich deswegen so explizit, weil die auch ein Stück weit den Frauen Mut machen soll, die jetzt mit einem frühen Blasensprung zum Beispiel, 24 plus 5, in der Klinik landen und völlig verzweifelt sind. Jeder Tag und vor allen Dingen jede Woche, das haben wir gerade gehört, ist Gold wert. Die Überlebenschance, die Überlebenskurve, die steigt von Tag zu Tag so nach oben. Und das sollte jeder Mutter und vor allem auch jedem Vater Mut machen. Da ist wirklich Zeit Gold wert. Sprechen wir noch ganz kurz in einem Nebensatz. Ich weiß, dieses Video wird wieder viel zu lang, aber ich muss das auch noch ansprechen. Von den individuellen Entscheidungen. Sagen wir mal, 23 plus 5 kommt jetzt jemand, hat einen Blasensprung. Ist jetzt vor dieser 24 plus 0. Woche. Ist immer die Frage, machen wir jetzt alles menschen- und medizinisch mögliche, um diese Schwangerschaft zu erhalten? Oder sagt man tatsächlich, das ist jetzt zu früh. Dieses Kind wird auf jeden Fall Spätfolgen davontragen. Ist vielleicht geistig behindert, ist vielleicht körperlich beeinträchtigt, vom IQ beeinträchtigt. Oder man sagt, die Natur nimmt jetzt ihren Lauf und man muss jetzt einen Spätabort haben. Extrem individuelle Entscheidung, die unterm Strich aber die Eltern tragen. Wir als Gynäkologen erzählen ein bisschen was zum Prozedere. Was könnte man machen? Und vor allen Dingen auch, das ist fast noch wichtiger, die Kinderärzte kommen zu einem und müssen auch sprechen. Und müssen auch ganz offen sprechen über die Prognose. Und vor allen Dingen nicht nur die Prognose jetzt, diese Schwangerschaft zu verlängern und irgendwann dieses Kind zu bekommen. Was ja potenziell im Rahmen des Möglichen heute ist. Aber die Spätfolgen, die dann so ein Kind haben kann, im Laufe dann des Kindesalters, der Pubertät und so weiter, muss man eben auch offen und ehrlich besprechen. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden im Konsens und vor allen Dingen von den Eltern. Immer wieder eine maximal emotionale und kaum rational zu entscheidende Frage nach dem weiteren Verlauf. Wie soll es weitergehen? Das nur mal am Rande. Es ist also nicht immer nur alles schwarz und weiß in der Medizin. Manchmal gibt es auch Einzelfallentscheidungen. Deswegen gibt es heutzutage auch viele Leitlinien, wo man sagt, okay, es gibt den Cut 24 plus 0, 34 plus 0, 37 plus 0. Um einfach auch ein Prozedere festzulegen ab dann und dann. Aber es gibt eben immer wieder Einzelfallentscheidungen, die auch extrem wichtig sind. Es tut mir leid, dass dieses Video doch wieder länger geworden ist als geplant. Aber ich hoffe, es war unterhaltsam. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen nach oben zeigen. Abonnieren, nicht vergessen. Wir sehen uns auch mal bei Instagram oder Facebook oder Pinterest. Twitter, wo bin ich noch? Das war es, glaube ich. Guckt auch mal in meinen Online-Geburtsvorbereitungskurs rein. Der ist seit einiger Zeit online. Ich bin total froh und stolz. Der kann auf jeden Fall euch viele Ängste bezüglich der Geburt nehmen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.